Eine Instagram-Fragerunde löste den neuesten Zoff zwischen Carina und Laura aus. Laura beantwortete ein paar Fragen, die Carina als Angriff gesehen hat. Die Fragen waren folgende. Er steht auf so gemachte wie Laura, worauf Laura antwortete, Ich finde, ich wirke sogar natürlicher als sie, obwohl ich gemacht bin. Nur weil man nicht operiert ist, heißt das noch lange nicht, dass man natürlich ist. Auch Carinas Aussage, dass sie fünfmal in der Woche feiern gehen würde, wurde auf Instagram aufgegriffen. Jemand fragte, fünfmal in der Woche feiern? Was sagst du dazu? Als Antwort hat Laura auf ihre Podcast-Teilnahme bei Blitzlichtgewitter hingewiesen und auch gesagt, PS, ich war geschockt, aber wenn's Spaß macht. In diesem Podcast erzählte Laura auch, dass Carina sie in der Villa gemieden hätte. Sie hatte vorher bereits erzählt, dass Carina eher abweisend war. Sie sei aus dem Zimmer gegangen, wenn Laura reinkam und so weiter. Deshalb wusste Laura auch nicht direkt, dass da mit Yasin was lief. Laura sei auch davon ausgegangen, wenn es ein Problem gäbe, so berichtet sie im Podcast, dass Carina zu ihr gekommen wäre und etwas gesagt hätte. Carina hat sich zu Lauras Aussagen bezüglich gemachter Frauen und dem häufigen Ausgehen folgendermaßen geäußert. So, das Ganze wird mir natürlich wieder vorgeworfen und ich bin nicht böse, weil Carina hat jetzt was gegen gemachte Frauen, was der größte Bullshit überhaupt ist. Ich und meine Mädels haben selber was an uns machen lassen. Damit wollte ich Laura nie angreifen. Ganz im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl, dass Laura sehr offen mit dem Thema umgeht, weil in der Show hat sie ganz offen darüber geredet, was sie machen lassen hat. Und das waren unter anderem Arschbrüste, Lippen, hier und da Zähne. Und dann verstehe ich nicht, dass mir das vorgehalten wird. Also ich habe um Gottes Willen nie was gegen Frauen gehabt, die irgendwas an sich machen lassen haben oder sich selber irgendwas machen lassen. Ich habe selber meine Haare, meine Nägel, ich habe mir meine obere Lippe aufspritzen lassen. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, man sucht einfach nach Fehlern und nach Aufmerksamkeit und nach Redebedarf. Und keine Ahnung, von mir aus können wir gerne darüber reden, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nichts gegen gemachte Frauen habe. Ich finde es ein bisschen witzig, weil anscheinend hat auch sie das irgendwie als Angriff genommen, weil in ihrer Instagram-Story wird dann gesagt, ich finde, ich sehe natürlicher aus als Carina. Und jetzt mal Butter bei der Fische, das ist der größte Quatsch überhaupt. Also so viel Realität habe ich auch noch im Kopf. Zu dem Zeitpunkt bei Ex on the Beach habe ich wirklich gar nichts an mir machen lassen, außer halt Fingernägel und Extensions. Aber zu sagen, dass sie natürlich aussieht als ich, weiß ich jetzt nicht. Genauso wie mit dem Thema, ich gehe fünfmal die Woche feiern, hat ja auch ein so großes Fass aufgemacht, wo ich mir denke, was sagt das denn bitte über einen Menschen aus? Also wie kannst du urteilen über einen Menschen, nur weil er sagt, ich gehe gerne feiern und wenn es sein muss, du musst fünf, sechs, siebenmal die Woche. Ja, ich hatte meine Phasen, wo ich fünfmal die Woche feiern gegangen bin und wenn ich könnte, wäre ich auch siebenmal gegangen. Aber dadurch bin ich ja kein schlechterer Mensch oder auch keine Schlampe oder so. Also dann gehe ich halt einfach gerne mit meinen Mädels feiern, habe laute Musik um mich rum und finde den Vibe ganz geil. Aber dann zu sagen, boah, das finde ich schon ganz schön krass, fünfmal die Woche feiern zu gehen. Wenn du halt lieber im Bett liegst fünfmal die Woche und Fernsehen guckst, dann verurteile ich dich ja deswegen auch nicht. Um dann nochmal die Kirsche auf das Sahnehäubchen zu setzen, hat Laura natürlich auch darauf geantwortet. Ich hasse diese Art von Videos, aber es geht vielleicht ein bisschen von mir aus, weil ich habe ja immerhin als Erste zu dieser ganzen Sache was gesagt. Deshalb, ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an. Ich bin mir sicher, du wirst es sehen, Carina. Ich habe dich nicht dafür verurteilt, dass du fünfmal die Woche feiern gehst. Ganz im Gegenteil, ich habe nur gesagt, boah, krass, ich war kurz ein bisschen geschockt. Ansonsten habe ich auch nicht gesagt, dass ich natürlicher aussehe. Ich habe gesagt, ich finde, ich wirke einfach ein bisschen natürlicher. Aufgrund der Tatsache, dass meine Haare nicht blondiert sind und ich jetzt keine wesentlich andere Farbe als meine natürliche Haarfarbe habe und ich mich nicht ganz so stark schminke meistens und ich keine, keine Ahnung, vier Zentimeter langen Fingernägel habe, aber alles, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe da genauso wenig ein Problem mit. Wie gesagt, ich bin operiert, ich habe da auch zugestanden, aber es ist einfach immer mal wieder die Art und Weise, wie du solche Sachen sagst. Nicht, dass du sie sagst, weil wie gesagt, ich habe da zugestanden, sondern wie du sie sagst, wie du die BMX-Fahrräder mit den Holland-Fahrrädern vergleichst oder jemandem sagst, dass er gef***t war, den Kopf bekommen hat. Im RTL-Music-Podcast haben sich Johnny und Laura zu Carina geäußert. Die beiden waren ebenfalls Teilnehmer der Show. Carina soll eher abweisend gewesen sein. Selbst wenn man versucht hatte, sie einbinden zu wollen, hat sie sich zum Beispiel nicht zur Gruppe gesetzt. Laut Johnny und Laura habe sie sich somit selbst ziemlich ausgegrenzt. Carina scheint aber allgemein eine etwas schwierigere Person zu sein. Auch der Stress mit Sasa soll ganz anders verlaufen sein, als es in der Sendung dargestellt wurde. Dazu sagte sie folgendes. Das größte Thema gerade aktuell, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, bin ich dem Sasa fremdgegangen oder bin ich dem Sasa nicht fremdgegangen? Ja, ich erkläre euch nochmal ganz kurz die Situation, wie sie war nach Are You The One? Ja, Sasa und ich sind zusammen bei Are You The One rausgegangen. Ich mochte ihn extrem. Dann ist es so gewesen, dass wir in der Off-Cam-Villa waren, noch zwei Tage auf Paros. Wir dann auch intim miteinander wurden. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Er ist nach Berlin geflogen, ich bin nach Bielefeld geflogen. Und von da an war es wirklich so, dass ich zwei Wochen später zu ihm nach Berlin gefahren bin. Als ich dann in Berlin war, kann ich erstmal so sagen, ich war genau zwei Tage da. Ich war weder vier Tage da noch fünf Tage. Ich war genau zwei Tage da, was für mich aber auch überhaupt kein Grund spielt, ob ich jetzt zwei Tage da bin oder vier oder fünf. Das ist für mich eigentlich relativ. Jedenfalls war ich zwei Tage da und in diesen zwei Tagen waren wir auch überhaupt nicht intim miteinander. Also wir haben uns geküsst, ja. Aber wir haben nicht miteinander geschlafen oder sonstiges irgendwie miteinander gemacht. Und nach zwei Tagen bin ich wieder zurück nach Bielefeld gefahren. Als ich dann wieder in Bielefeld war, war für mich eigentlich relativ klar, boah, das hat sich gereimt, dass er der Nächste ist, der so jetzt mal seinen kleinen Bubo zu mir bewegen könnte, weil meine Familie natürlich auch mega neugierig auf ihn ist. Meine Oma, meine Mutter, die verfolgen das ja alles mit. Und die wussten auch, ich bin auf Dreharbeiten, wussten, dass ich den Sasa gut fand. Und er hat es nicht für nötig gehalten, auch nur ein einziges Mal zu mir zu kommen. Das heißt, nach Are You The One haben Sasa und ich uns ein einziges Mal gesehen und dann nie, nie wieder, nicht zufällig, auf keinem Event oder sonst wo, nach Are You The One haben Sasa und ich uns ein einziges Mal gesehen. So, nachdem ich dann wieder aus Berlin in Bielefeld angekommen bin, wurde der Kontakt immer ein bisschen weniger und so ein bisschen schwammiger und ein bisschen kumpelhaftiger, würde ich sagen, weil für mich aus meiner Sicht ist es klar, dass ich mit so einem Menschen nicht zusammen bin. Das ist einfach eine komplett andere Situation gewesen als wie bei Aito, weil man da einfach 24-7 aufeinander hängt. Und ich werde auch gleich mal ein paar Screenshots posten, wo man dann sehr gut sehen kann, dass Sasa und ich sehr cool miteinander waren, auch nachdem er erfahren hat, dass ich was mit einem anderen hatte. Es ist auf jeden Fall richtig, dass ich dann Wochen später, nachdem ich ihn nicht mehr gesehen habe und ich mein eigenes Ding gemacht habe, weil ich sehe das halt auch nicht ein, warum sollte ich meine Bedürfnisse zurückschrauben und zum Beispiel nicht mehr feiern gehen oder das und das machen, wenn du mir überhaupt keine Signale gibst, dass das zwischen uns was Festes ist. Also ich meine, du gehst selber feiern. Ja, okay, wir haben vielleicht zweimal am Tag miteinander telefoniert, aber dann ist man ja halt auch noch lange nicht zusammen. Also ich muss dazu sagen, nachdem ich Sasa dann quasi gestanden habe, gestanden so, weil wir waren ja auch nie zusammen, ich war einfach mit ihm auf einem coolen Level und deswegen habe ich ihm dann gesagt, dass ich da was mit einem anderen Typen hatte, fand er dann auch nicht ganz so cool. Aber für mich war so, okay, wir sind halt nicht zusammen. Entweder du nimmst es halt an, dass ich es dir sage oder eben nicht. Ja, nachdem das dann alles passiert ist, waren Sasa und ich dennoch extrem cool miteinander. Wir haben ab und zu gefacetimt, wir haben telefoniert, wir haben ganz normal miteinander geschrieben und deswegen war es für mich unvorstellbar, dass er bei Ex on the Beach hinkommt und mir so eine Ansage macht und sagt, ich wäre fremdgegangen, ich bin eine Schauspielerin, weil wir halt so cool miteinander waren. Und ich finde, in diesem Screenshot kann man das sehr gut erkennen, weil Sasa sagt ja immer, ich mache nur Show und ich bin eine Schauspielerin und da kann man einfach mal sehen, wie sich das Blatt wenden kann, weil du ziehst da einfach eine Show ab. Also ich sage auch mal so, eigentlich bin ich gar nicht der Typ Mensch, der da mit Screenshots um die Ecke kommt oder irgendwie derart sowas macht, aber wenn man mich so verarschen will, schlage ich zurück. Und es gibt noch tausende andere Screenshots, die beweisen, dass Sasa und ich ein gutes Verhältnis hatten, auch nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich was mit einem anderen hatte und es total zu Unrecht ist, dass er bei Ex on the Beach an den Strang kommt und mir so eine Ansage macht. Also nächstes Mal den Mund ein bisschen kleiner lassen. Sasa hat sich daraufhin gewehrt und sich ebenfalls auf Instagram geäußert. Jo Leute, ich bin Sasa. Auf jeden Fall muss ich mit euch über eine Sache reden, die wirklich gerade viele Köpfe verdreht und den Schein trügt. Wir reden über den Screenshot, über den Carina mich angeblich jetzt exposed hat oder sonst was, wo ich sage, Schatz, Ex on the Beach hat mich angerufen, ich habe denen gesagt, dass du mir fremdgegangen bist und denke, das klingt am interessantesten. So, erstmal müssen wir darüber reden, dass sie selber zugegeben hat, dass sie mir fremdgegangen ist und egal ob wir jetzt in einer Beziehung waren, in der Kennleinphase oder keine Ahnung, was dazwischen ist, sie ist mir fremdgegangen. So, dann kommen wir mal ganz kurz auf dieses Schatz, weil es klingt wirklich, ich muss selber zugeben, ich hatte diesen Screenshot gesehen und dachte mir, Digger, Scheiße, ich muss hier was klarstellen. Schatz ist meine Art und Weise nicht zu beleidigen. Das war so ein Schatz, Mausi, bevor ich dich beleidige, ich versuch's nicht. So, im dritten Satz, wo ich dann gesagt habe, Ex on the Beach hat mich angerufen, denen habe ich erzählt, dass du mir fremdgegangen bist mit diesem Disco-Clubbesitzer, du ho. So, da konnte ich mich nicht mehr beherrschen, da habe ich sie beleidigt, ob ich mich dafür jetzt entschuldigen sollte oder so, weiß ich nicht, mache ich auch nicht. Der letzte und interessanteste Satz, das klingt am interessantesten, denke ich. Wieso habe ich das gesagt? Ich wurde von Ex on the Beach kontaktiert. Ich habe mich nie beworben, ich wollte da auch nie hin, ich hatte gar keinen Bock drauf, vor allem Aito lief gerade, ich habe den Release mitbekommen, habe das Finale aber gar nicht irgendwie miterleben können, beziehungsweise hätte gar nicht diesen Fame mitnehmen können. So, und jetzt könnt ihr sagen, Fame, gell? Klar, jeder, der im Fernsehen ist, ist dort, weil er irgendwo Aufmerksamkeit will, irgendwo was erreichen will, vielleicht sich damit ein Geschäft aufbauen, genauso auch ich. Jeder, der was anderes sagt, ist fake. Merkt euch das, Thema gegessen. Ich weiß aber, dass Carina noch ein paar, einige andere Exen hat und wollte unbedingt dieses Thema dort mit ihr klären. Also habe ich dann natürlich auch erzählt, dass sie mir fremdgegangen ist. Ich als Gentleman, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, ich als Gentleman wollte sie einfach nur vorwahren. Sie kann gerne die Chatverläufe vorher, nachher zeigen. Es war vorbei. Wir wussten, ich wusste, die Beziehung ist vorbei. Sie kann gerne nochmal sagen, dass ihr Plan war, bei Ex on the Beach, die ganze Zeit nur von mir zu reden und ein Comeback feiern. Ich hatte aber die Schnauze voll. Jetzt, diesen Screenshot so zu veröffentlichen, so zu schneiden, dass man nicht sieht, was sie darauf geantwortet hat, ist ein bisschen enkelhaft. Jeder kann sich deine eigene Meinung bilden. Mehr Informationen findet ihr immer auf meinem Instagram-Account. Schaut da auch gerne vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Mich interessiert jetzt natürlich eure Meinung am meisten. Schreibt mir gerne einen Kommentar, hinterlasst einen Like und folgt mir. I got nightmares in my head I got nightmares in my head